Die vom Brand zerstörten Flächen wurden nach dem Plan von Bernhard Matthias Brasch mit einer Erweiterung nach Südwesten neu erbaut. Nach Anpassung von alten und neuen Straßen entstand der Grundriss der Stadt, wie wir ihn heute noch vorfinden und wie ihn der berühmteste Neuruppina vorfand, Theodor Fontane. Untertitelung des ZDF, 2020